der bus kanal und zwar habe ich mal wieder oder wurde mal wieder bei rewe eingekauft und drei päckchen von den offiziellen dfb sammelkarten habe ich hier und die öffne ich jetzt mit euch zwei habe ich schon mal geöffnet also ich hoffe dass jetzt wenigstens in den fünf päckchen keine doppelte rauskommt das wäre schon sehr nice nice mesut özil dann habe ich hier mario götze mesut özil das glaube ich jetzt nicht da kriegt man drei booster und dann sind eiskalt auch noch in diesen drei boostern zweimal die gleiche karte drin naja trotzdem nice mesut özil und zweimal mesut özil und einmal mario götze naja hoffen wir mal dass ich noch mal ein video schaffe mit denen muss man wieder nächste woche bei rewe einkaufen gehen oder so nichtsdestotrotz ich hoffe das ist wieder durch gefallen und bis zum nächsten mal euer bus kanal